Hallo Leute, hier ist eure Lysia und herzlich willkommen zum Smartphone-Samstag. Heute spielen wir das Spiel Cooking Dash 2016. Das wurde schon 10 Millionen Mal heruntergeladen und hat eine Bewertung von 4,2, was mehr als gut ist bei so vielen Downloads. Und ich mag solche Spiele unheimlich. Mir macht sowas mega viel Spaß. Ich hatte das für einen DS, also andauernd hier auf dem Handy irgendwas und ich hatte das heute jetzt gesehen und habe gedacht, doch, das spielst du jetzt mal. Und ja, ich habe es mir schon runtergeladen. Wie immer findet ihr einen Link dafür unten in der Videobeschreibung, wenn ihr das Spiel ausspielen wollt. So, wird installiert. Werde berühmt und locke VIPs mit deinem Ruhm an. Machen wir. Machen wir erstmal einen Verbindungsaufbau. Irgendwelche Rechte wollen die haben, die sie nicht bekommen sollen eigentlich, aber sich einfach mal nehmen, weil ich sonst nicht spielen kann. So, fangen wir mal an. Staffel 1, Episode 1, Action. Hier ist dein erster Gast. Er möchte ein gegrilltes Steak. Äh, ja. Tippe auf das Steak, okay. Und dann auf den Grill. Machen wir. Super, das Steak wird jetzt gebraten. Okay. Lass es nicht verbrennen. Tippe auf das gegrillte Steak. Okay, das darf nicht komplett rot werden, sonst ist es weg. Oder durchgebrannt. Und servieren. Bist du glücklich? Ja, Trinkgeld. Okay, je schneller du Gäste bedienst, desto mehr Trinkgeld geben sie. Du machst das gut. Weiter so. Alles klar. Dann, dieser Gast möchte auch ein Steak. Dann nehmen wir das Steak. Fängt das hier hin. Warte, bis es gar ist. Nehmen und servieren. Yes. Und? Wir haben jetzt auch 5 bekommen. Okay. Ja, alle Gäste bedient. Wuhu. Okay, das war jetzt nicht schwer. Es wird immer lustig für mich erst richtig, wenn da wirklich 3, 4, 5 Gäste auf einmal sind und man ist so am... Oh, links, rechts, überall dies und das. So, okay. Weitermachen. Wir haben hier verschiedene Level. Wir haben hier... Was haben wir denn hier alles? Das ist unser Level. Das ist unsere... Ich glaube, das ist die Ingame-Währung, die wir auch von echtem Geld kaufen können. Bestimmt kann man da irgendwas später mit aufwerten. Das wird das Geld sein, was man nur durch echtes Geld bekommt oder aber durch spezielle Events vielleicht. Oder wenn man Aufgaben absolviert. Was ist das? Gemüse? VIP? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit Level 2. Aha. Achso, hier, guck mal. Genau, wir kriegen 10 von diesen, was das auch immer sein soll. Es soll wahrscheinlich Gold sein. Sieht fast aus wie ein Stück Butter oder Käse. Würden wir 10 davon bekommen. Und hier unten steht auch Free Gold. Da können wir uns wahrscheinlich Videos angucken. So. 10 Einkaufstüten. Ach, vielleicht ist das die Energie. Ah, das ist die Energie. Schaut mal. Okay, jetzt habe ich verstanden. Die Einkaufstüten sind die Energie. Wir können das nicht andauernd spinnen, das Spiel. Okay. So wird es gemacht. Mhm. Die Scampi ist auf dem Grill und dann sind sie fertig. Ich liebe so Kram und all sowas. Ach. Super lecker. Okay. Sie hätte gerne Steak. Gehen da hin. Warten, bis es fertig ist. Ja, klappt schon mal. Ist bestimmt lecker. Oh, fast fertig. Die will auch ein Steak. So. Wir sind hier irgendwie in der TV-Schau, wa? Und manchmal leckt es, habe ich das Gefühl. So. Zack, zack, zack. Wie schnell sind die fertig? Das Geld können wir ja erstmal kassieren. Wir haben noch keinen anderen her. Deswegen müssen wir das immer ein nach dem anderen machen. Die ist auch zufrieden. Oder er. So. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Der Gast ist noch nicht sauber. Oh, easy peasy, meine Damen und Herren. Gar kein Thema. Weiter. Wuhu. Alle Gäste applaudiert. Äh, bedient. Applaus. Das ist zu einfach. Wir wollen was Schwierigeres haben. Zu einfach. Oh, was ist das? Im Laden kannst du dein Lokal verbessern und mehr Gewinn machen. Mhm. Verbessere den Grill. Also auf Grill normalerweise klicken und dann auf Verbessern. Dann von der Ingame-Währung oder vom echten Geld. Aha. Aha, jetzt guck. Jetzt haben wir nämlich einen Zweiergrill. Und ist schneller geworden von der Brennzeit her. Ja, und alles klar. Du kannst Küchengeräte verbessern, um schneller Gäste zu bieten. Mhm. Speisen, um mehr Münzen zu verdienen. Ja. Und die Deko, damit deine Gäste zufrieden sind. Okay. So viel Geld haben wir aber erstmal nicht, wa? Tada. Gut, machen wir einfach weiter. Dauert dann natürlich wirklich lange, bis man dann die Energie voll hat. Es lädt sich immer nur eine Energie auf. Ich glaube, alle zwei Minuten stand da, ne? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. So. Action. Ja, jetzt hast du zwei Grills. Mhm. Wo bleiben meine Gäste? Es kommt kein... Ah, da jetzt. Ach ne, sie will... Oh, Gott sei Dank. Ich hab schon grad gedacht, ich hab's jetzt falsch gemacht. So. Okay, der ist wesentlich schneller. Einmal. Zack, 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 zack. Geld nehmen. Ich will auch ein Steak. Oder er. Oder er. Ist das ein Kerl oder eine Frau da unten? Das ist eine gute Frage, wa? So. Jetzt ist es ein bisschen mehr, wie ich es mag, das Spiel. Bisschen rasanter. Da. Da. Hier über das Steak. So. Easy peasy hier, meine Damen und Herren. Gar kein Problem. Wuhu! Wir sind die Besten! Tada! Applaus! Das ist mir noch zu wenig. Ich will mehr. Ich will mehr Herausforderungen haben. Das ist so einfach bis jetzt. Aber wir werden später richtig, richtig viele Sachen haben, ne? Oh! Hi Leute, hier ist Warden Brownie. Willkommen im Philly Palace. Begrüßen Sie herzlich unsere Vegas-Kochkandidatin Flo. So, weiter mit Tippen. Freut mich hier zu sein, Warden. Kello und ich meistern gerne jede Koch-Herausforderung, die sie für uns geplant haben. Super! In jeder Show müssen Sie das Minimum an Münzprofit machen, um die nächste Runde zu erreichen. Achtung, fertig, los! Was? Okay, ja, haben wir ja geschafft. Okay, ach so. Aha, guck mal, wir könnten das Fleisch verbessern. Ah, dann kriegen wir mehr Geld dafür. Ja, das ist gut, das machen wir. Das verbessern wir. Okay, hier kann ich noch nichts auswählen. Kompost einmal. Keine Abfallstrafe. Ach Gottchen, weil wir zu langsam sind, kriegen wir eine Abfallstrafe. Oh, je, je, je. Wir brauchen eine von diesen Münzen und 500 von den Silbermünzen, dass wir den nächsten Grill holen. Haben wir kein Geld für. Machen wir weiter. Ne, den hatten wir schon. Ich finde die 4. Und spielen. Ich weiß nicht, habt ihr an solchen Spielen Spaß? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Also mir machen solche Spiele erst richtig Spaß, wenn ich, ja, mehrere Sachen habe. Glickgebild haben, Brokkoli. Finde ich lecker. 18 Münzen verdient. Schaffen wir. So, okay. Achso, tippe auf den Brokkoli. Ja, und dann. Und dann auf das Hackholz. Mhm. Der hackt es. Super, nehmen wir ihn jetzt vom Hackholz und grill ihn. Alles klar, kriegen wir einfach hin. Warte, bis er gar ist. Nehmen wir ihn und bedienen die Dame. Alles klar, machen wir. Die Kundschaft kann kommen. Brokkoli, Hacken. Die möchten Steak. Hack, 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 hack. Brokkoli in die Pfanne. Das Fleisch können wir schon mal nehmen. Ist glücklich. Erbe und Steak. Dann können wir den Brokkoli nehmen. Uh, der hat uns sogar 11 gegeben, weil das Fleisch so gut war, ne? Wir erinnern uns. Wir haben das Fleisch gerade aufgewertet. Zack. Oh, jetzt hat es geleckt. Das möchte ich entschuldigen. Einmal hacken. Oh, Hack, 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 hack. Devil Steak. Ja. Oh, Schrimps. Oh. Oho, ich hätte fast den Brokkoli vergessen. Aber auch nur fast. Aber auch nur fast. So. Sie möchte ein Steak haben. Kriegen wir easy hin. Alles super. Oh, die dramatische Musik hier. Tada. Perfekt. Da haben wir viel Money gemacht. Also, ich mag solche Spiele. Mir macht das persönlich viel Spaß. Natürlich haben wir die volle Punktzahl. Wir kriegen immer was dazu. Oh, Glückwunsch. Du hast eine neue Erfahrungsstufe erreicht. Verdiene EP, um neue Sendungen und Gerichte freizuschalten und Belohnung zu erhalten. Okay. Tada. Aha. Aha. Wir können jetzt die Garnelen oder den Brokkoli aufwerten. Ich bin für die Garnelen. Also, die Garnelen kosten doppelt so viel, aber ich will die trotzdem verbessern. Aber wir können sogar den Brokkoli verbessern. Kommt, dann verbessern wir auch den Brokkoli direkt mit. So. Stufe 5. Machen wir. Und wir haben auch durch das Level Up, haben wir wieder eine komplett neue Energie bekommen. Also, bis 50 lädt es sich momentan immer auf. Boah, was für ein Brokkoli auf einmal. Oh, und die Garnelen. Oh, sieht das lecker aus. Zeit zur Verbreitung. Ich bin bereit. Ich weiß noch nicht, was gegessen werden soll. Deswegen warte ich immer. Ich hätte ein Steak gerne. Brokkoli. Hack, 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 bratsch, 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 bratsch. Kann ruhig noch ein Gast kommen, meine Damen und Herren. Das ist mir noch zu langsam. So. Hier haben wir 10. Ich möchte Garnelen haben. Steak. Brokkoli. Bis jetzt, Leute. Was hat sie denn? Warum wird sie immer zwischenzeitlich rot? Hacken. Oh nein, die Garnelen. Nein. Oh je, die Speise wurde zu lange gegart. Tippe auf missglückte Speisen, um sie wegzuwerfen. Und dann auf den Müll. Aha. Das Münze voller muss mit der Bestellung von vorne beginnen. Oh nein. Okay, Moment. Was war das jetzt? Achso, die nochmal braten. Oh, 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 oh. Die Garnelen müssen fertig werden. So, 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 so. Puh. Zwischenzeitlich leckt es halt hier leider mit meinem Emulator, der ja vorgaukelt, dass... Oh, schneller, 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 schneller. Oh, oh. Der Brokkoli wollte jetzt aber schnell fertig gemacht werden hier. Himmel, Herrgott. Jetzt wollen sie alle was haben. So, er will ein Steak. Finden wir hin. Oh, die Zeit. Jetzt wird es aber sehr dramatisch hier. Blick ab. Oh nein. Bin schon wieder der Brokkoli. Ah, wegen den Legs wird mir das hier... ...verschwert. Erschwert. Achso, erst kleinschneiden. Ja, das stimmt. Ah, wir haben aber gar keinen Gast mehr. Guck mir. Guck mir hin. Ah, zweimal Essen verbrannt und einmal umsonst gekauft. Oh. War nicht so gut. Ist ehrlich, dass es zwischenzeitlich leckt. Dadurch, äh, macht die manchmal so Sprünge. Ich denke aber, dass das an meinem Emulator tatsächlich liegt. No. Also jetzt nicht an der App selber. Können wir noch was erhöhen? Gerade kaufen? Irgendwie nicht. Irgendwie geht... Irgendwie nicht. Irgendwie hängt das Spiel gerade, glaube ich, bei mir. Okay, machen wir einfach mal weiter. Wenn möglich. Also ich denke wirklich, dass es gerade nicht an dem Spiel liegt, sondern am Emulator. Dass das so ein bisschen sprunghaft ist, sage ich mal. Das möchte ich entschuldigen. Oh, wir haben eine Kaffeemaschine. Warte, bis der Kaffee durch die Maschine... Was? Fertig. Tippe auf die Kaffeemaschine. Und dann auf den Gast. Ach so, ach, der will einen Kaffee und... Pass auf, den Kaffee auf kann nämlich Teil jeder Bestellung sein. Alles klar. Okay. Jetzt wird es spannender. Jetzt habe ich schon mehrere Gerichte. Da ist der Brokkoli. Da sind die Garnelen fertig. Da soll der Kaffee hin. Hier haben wir das Steak. Brokkoli. Noch ein Steak. So. Da war es wieder so sprunghaft, ne? Steak. Er ist am Hacken. Sehr gut. Da ist so ein Kaffee hin. So, wir warten und warten und warten. Zack, zack. Sehr gut. Genau. Garnelen. Sie möchte Kaffee und Brokkoli. Da ist ein Steak. So. Bis jetzt sieht das noch sehr, sehr gut aus. Oh, direkt jemand Neues. Zack. Zack, zack. Das läuft sehr gut. Erinnert mich ja alles ein bisschen an Gordon Ramsay, wenn das jemand von euch kennt. So, ich glaube, das war jetzt der letzte Gast. Oh, die will noch einen Kaffee haben. Fast vergessen, aber auch nur fast. So. Zack. Mit Bravour, würde ich mal sagen. Mit Bravour haben wir das hier gemeistert. Ja, ja. Applaus. Okay. Also, Fazit zum Spiel. Ähm. Ist aufgebaut wie eine Fernsehshow. Ich finde das mit der Energie ganz interessant, weil dann... Ich habe das Problem immer bei diesen Spielen. Ach Gott, wir haben nochmal was. Wir sind ein Level aufgestiegen und jetzt kannst du Trophäen und Preise verdienen. Was ist das? Hä? Ja, hallo. Ach so. Äh, tippe auf Einsamme, um Belohnung für deine erste Trophäe zu sehen. Kauf etwas, nachdem das Tutorial abgeschlossen ist. Ach so. Einsamme. Aha. Tada. Ah, schneide viel Brokkoli klein, serviere mehrmals Kaffee und dann kriegen wir halt verschiedene Sachen. Energie, diese Goldstücke oder die Ingame-Währung. Okay. Oh, es gibt noch Tagesziele, habe ich gerade gesehen. Moment. Ich klicke da nochmal drauf. Tagesziele auf Epischstufe 9 freischalten. Alles klar. Okay. So. Mh. Das Tempo verbessern können wir leider noch nicht ganz. Schade, schade, schade. Können wir hier nochmal was verbessern? Hier ist das alles recht teuer. Da können wir auch noch nichts verbessern. Also, was ich bei dem Spiel gut finde, ist, dass halt irgendwie diese begrenzte Energie da ist, weil ich immer das Problem habe bei solchen Spielen, dass ich einfach spiele und spiele und spiele und spiele und spiele und dann erst aufhöre, wenn ich irgendwie auf, also in einem bestimmten Level nicht weiterkomme oder ich einfach todmüde bin. Ähm. Ist tatsächlich schon so eine Sucht. Ähm. Deswegen fühle ich das mit der Energie gut, weil dann bin ich ein bisschen eingeschränkt. Hat natürlich auch seine Nachteile. Wir müssen warten, bis er hier fertig ist. Dann schon mal den Kaffee. So, was möchte sie? Ach, sie möchte Garnelen. Hat sie wieder einen Hüpfer gemacht hier. So. Zack, 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 zack. Ein glücklicher Gast. Garnelen. Und da. So. Ein Steak hätte die Dame gerne. Ja, kommt sofort. Na, wo bleiben denn die Gäste? Na, war klar, dass die beide gleichzeitig kommen. Das war ja sowas von klar. Oh, diese Sprüge. Oh, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Gott. Was? Die will jetzt einen Kaffee haben? Jetzt? Uh, plötzlich? Oh, nein. Vergessen. Verdammt. Ich hab jetzt so auf den Kaffee geachtet. Wir möchten Kaffee und er möchte ein Steak. Okay. Ah, das Spiel wird relativ schnell, äh, nicht kompliziert, aber schwieriger auf jeden Fall. Ähm, macht Spaß. Aber, äh, wieso? So, nee, aber eigentlich gar nichts. Es macht Spaß. Überrascht mich tatsächlich, wie schnell es doch, äh, auf einmal schwieriger wird. So, hier ein Steak. Der Kaffee ist noch nicht fertig. Äh, den Kaffee muss man auch gut timen. So, der letzte Gast. Oh, da kriegen wir nur drei. Ah, was? Noch ein Gast. So viel Zeit haben wir doch gar nicht mehr. Das schaffen wir gar nicht mehr, von der Zeit her gesehen. Ein Gast noch. Ein Gast noch. Nein! Nein! Ah, der letzte Gast hat gefehlt. Die kam aber auch so spät. Wie ärgerlich. Ah! Ja, da bin ich so ein bisschen, da bin ich so ein kleiner Perfektionist. Ich könnte es jetzt nochmal machen. Aber wir gucken uns noch einmal das nächste Level an. Wir gucken nochmal eben. Hm. Kompostarmer. Das Hackbrett. Das kostet immer uns so unglaublich viel Zeit. Ich glaube, das verbessern wir mal. So. Leider nur vier Sternchen. Gut, versuchen wir es noch einmal. Und dann würde ich sagen, dann gebe ich mein Fazit zu diesem Spiel ab. Hier, guck. Achso, lädt schon. Das heißt schon. Hat ein bisschen länger gedauert. Fand ich jetzt. 50 Münzen verdienen, bevor die Zeit abläuft. Machen wir. Action! Okay, die Dame möchte gerne Garnelen. Die Dame möchte einen Kaffee, der noch nicht fertig ist, und Garnelen haben. Und er möchte auch Garnelen. Komm, bringe den Kaffee. Garnelen. 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 Er möchte ein Steak. Kriegen wir hin. Kaffee, Steak. Steak. Wollte ich die Übersicht verlieren? Wer was kriegt und wer wann was kriegt. Komm, schnell. Steak. Kaffee. Sehr gut. Das geht auch viel besser mit dem... Ach, wir haben jetzt sogar so eine Ablage für das Ding. Das ist gut. Hier können wir schon mal einen Kaffee hinbringen. Jetzt müssen wir warten. Bokkoli. Garnelen. Garnelen. Sollte er das Geld schneller entgegennehmen? Oh nein. Jetzt habe ich Garnelen. Oh. Jetzt muss noch irgendjemand kommen, der schnell Garnelen will. Irgendjemand. Nein, der will Steak. Oh, sie will Garnelen. Awesome. Oh, verdammt. Jetzt habe ich ein Steak zu viel genommen. Nicht der Brokkoli. Ach, nein. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Nein. Habe ich da jetzt ein Steak? Ich glaube, ja. Siebel Brokkoli. Gott sei Dank. Oh. Jetzt haben wir noch einen Kaffee. Alles nicht so ganz kontrolliert hier gerade, aber das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, dass ich das hier perfekt... hinbekomme. Yes. Uh. Okay, wir haben doch nochmal bewiesen, dass ich es auch perfekt hinbekomme. So, Fazit zum Spiel. Es ist wie jedes andere dieser Kochspiele. Es ist jetzt halt irgendwie so eine Fernsehshow gerade. Man hat immer Belohnungen, wenn man fünf Sterne bekommt. Dann hat man hier so eine Kiste oder so ein Tresor, der sich dann öffnet. Und dann hat man hier immer ein bisschen extra Geld drin. Man hat verschiedene Level. Man hat irgendwelche Tagesziele später. Von den Trophäen bekommt man auch ein bisschen was. Das ist natürlich schön. Nette Spielerei, sag ich mal. Auch das mit dem Aufwerten ist ja absolut normal. Ähm. Ja, ich denke, da kommt aber eine ganze Menge noch auf uns zu, weil da so viel Küchen-Equipment ist und so weiter. Ich glaube, das wird noch richtig, richtig kompliziert. Also wer bei diesen Spielen eher unterfordert ist, ich könnte mir echt gut vorstellen... Man sieht es hier auch schon so. Das ist die Dame hier jetzt so. Er ist hier schon so... Sieht aus wie so ein professioneller Küchenchef. Und diese alte Karate-Ur wie hier ist, glaube ich, so das richtig, richtig Schwere hier. Sind natürlich jetzt nur Vermutungen, aber es wird ja relativ schnell schon schwer. Und, ähm... Ja, ich würde dem Spiel vier Sterne geben. Ähm. Weil es einfach gut gemacht ist. Es macht Spaß, wenn man solche Spiele mag. Aber es ist jetzt nichts, was ultra neu ist, was es vorher noch nicht gab. Und, ähm... Ja, deswegen vier von fünf sterben. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis dahin. Eure Lysia.